Dabropa shaluvat vinetski dom. Dieser Zungenbrecher, den ich wirklich, glaube ich, x-mal üben musste, heißt nichts anderes als herzlich willkommen im deutschen Haus. Richtig witzig und auch ganz anders. Das sind die Wohnideen der Nachwuchsdesigner vom D3-Contest. Dieser Wettbewerb findet einmal jährlich auf der IMM Cologne statt und ist mittlerweile einer der anerkanntesten für junge Designer international. Hat denn jede Nation, weil sie auch gesagt haben, sie fahren jetzt nach Shanghai oder fliegen nach Shanghai, eine andere Art Kindern Kultur nahezubringen? Ich bin in der schönen Stadt Hamburg und versuche rauszubekommen, wo ich das schmalste Wohnhaus Deutschlands finde. Also eins, zwei, drei, vier, fünfzig. Ganz dringend Tango-Tanzpartner sind gesucht. Nennen Sie sich bitte. Gleich mache ich meinen ersten Freiwassertaufgang. Und wenn ich den schaffe, dann habe ich den Anfängerkurs für Taucher bestanden. Ich habe ja gelesen, du hast deiner Freundin einen Antrag gemacht. Ist man da so aufgeregt wie beim Eiskunstlaufen hier in Sochi? Mehr. Ich bin hier mit Schal und Winterjacke unterwegs. Alles was nicht unmittelbar zum Tode führt, das härtet ab. Ich verstehe schon, nur die Harten kommen im Garten, oder? Wir sind jetzt sozusagen hier oben, ne? Genau, wir stehen jetzt hier im Wohnzimmer und wenn man jetzt in die Küche will, muss man einen runter. Wenn das jetzt mit dem Sport nicht so geklappt hätte, was wäre denn aus dem Michi-Kreis so geworden? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich irgendwas Technisches. Ich bin hier in voller Montur und lasse mich gleich mit diesem heißen Stuhl hier in den Himmel schießen. Ich habe hier ein Gastgeschenk für Sie. Kieler Sporten. Dankeschön. Platz ist in der kleinsten Hütte, ne? So ist es. Wie bist du, wenn du 50 bist? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich wäre ein guter Papa. Wie ändert sich das Leben, wenn man nicht mehr im Berufsalltag ist? Schön, dass Sie dabei waren, liebe Zuschauer. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Machen Sie es prima. Tschüss und auf Wiedersehen. . Danke.